Hallo Freunde, was geht denn? Herzlich Willkommen zu diesem ganz kurzen und sehr spontanen Video hier auf meinem Kanal Mr. Freedom HD. Und zwar wurden soeben die Informationen preisgegeben, dass das COD im Jahre 2020 Black Ops 5 sein wird. Wieso, weshalb, warum ist ganz einfach zu beantworten. Die Entwicklerstudios, die eigentlich für die Entwicklung beauftragt wurden von Activision, haben sich gestritten. Das sind Raven und Sledgehammer Games bzw. Auseinandersetzungen gehabt und laut Charlie Intel war es ein absolutes Raus in den Entwicklerstudios. Und deshalb hat Activision eingeriffen und kurzerhand Ray auch für einen weiteren Black Ops Teil beauftragt. Das sind doch geile Informationen, ich bin aber nicht allzu fest gehypt, weil ja, wir wissen alle, Black Ops 4 ist nicht das beste Spiel. Aber, was willst du tun? Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3 waren einfach geile CODs. Da kann man sagen, was man will, das sind und waren geile CODs. Auf jeden Fall, ja, ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Ich hoffe, dass diese Informationen auch zu 100% stimmen. Ich meine, ich liebe Black Ops, auch wenn sie jetzt einmal reingeschissen haben. Ich meine, auch die lernen aus den Fehlern, hoffentlich. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, Freunde. Und falls es weitere Informationen gibt, werde ich auch wieder ein Video droppen, ganz klar. Ihr könnt auch nochmal selber nachlesen auf CharlieIntel.com. Ich verlinke euch die Webseite auf jeden Fall in der Beschreibung. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, Freunde. Ich bin gespannt auf weitere Informationen. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, lasst ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. Vielen Dank.